Ihr wolltet immer noch was anderes. Wir nehmen es wie es kommt, ja genau. Da oben schwebt einfach ein Truck in der Luft. Ich weiß, um was das geht, ich kenne das Ding, der Truck jetzt gerade aufkiss, vorsicht darf er nicht gegen kommen, ich sag es gerade noch, ich sag es noch, scheiße ich kenne das Level. Alter ist das fies. Markus, wenn du am Ende des Levels bist, hast du Kampfjets? Mhm. Sobald die Treppe hochgekommen bist, wird es fies, da musst du springen. Nee, bleib stehen, du es nicht, dann mach es doch. Sobald die Treppe hochgekommen ist, da musst du schnellziehen, bis jetzt geht es rein. Sobald die Treppe hochgekommen bist du weg. Sobald die Treppe hochgekommen ist, dass du nicht einfacher. Sobald die Treppe hochgekommen bist du durch deine Treppe hochgekommen bist du weg. wie runden hast du eingestellt ich glaube drei oder so weil ich immer nicht einschätzen kann wie lange so was dauert das geht relativ schnell wenn du schnell durch den schulbus kommst ich glaube ich selber hochgegangen als er die auf das ding geflogen ist das hat auf jeden fall getroffen weil der gas angeschlagen gerade das klingt ziemlich sieht gerade ziemlich witzig aus ab jetzt hat morgens gewonnen naja muss noch eine reihe ach nee das war das miese da bin ich öfters gestorben morgens musst du rüberkommen das problem ist nicht der erste schritt sondern der zweite genau das wo du gerade davor bist genau das ach nee 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 nimm kein charlie nimm kein charlie was kann das ja mach nee nimm hüter auf alles gut komm glas jetzt wäre ja weg nein ganz bestimmt nicht nee nicht ein rhino nimm die hydra ausdruck okay verwirrst mich mit deinen aussagen nee und dann nimm die raketen weil die haben nur scharfschützengewehr du hast raketen einfach volle volle feuerkraft ohne hier ohne lenkraketen sondern einfach nur feuerkraft jetzt volle raketen und volles feuer hier ist es aber nicht so einfach zu fliegen du schaffst das schon hier zunut nimmst die kanone und schießt einfach auf Dauerfeuer nimm die kalone und dauerfeuer nimm die in die kanone und dauerfeuer ich mache schon ich bin einfach schlecht oder lande auf ihm das geht hoch und jetzt feuer genau so war es genau so ein schuss hätte doch haben müssen ein menschen gar weiter weg gewesen das ist richtig geil es ist richtig steil okus gut gemacht danke so da wir im selben team sind die anderen sowieso zuhören auf den kopf zielen aber wie gesagt das schlimmste ist das letzte stück wenn du drüber standen hast dann hast du eingestubert wo bist du eigentlich gewesen gestorben erschossen oder was ja nicht untergefallen aber so konnte helfen ok nein ich bin aber durchgelaufen trotzdem noch eingehen mitbekommen und dann war ich weg zwei hits noch kommen gleich wieder er kommt gleich wieder kommen wir kommen raus aus der stelle hütte komm ich muss erst mal also ich muss erst mal buchen ach scheiße morgens da sind die vier auch die 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 Nee, ich war zu hoch die ganze Zeit. En Viggoo. Putt 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 putt. Das war's für mich. Das war's. Komm, steig in den Bus. Du willst es doch auch, mein Rico. Komm schon, Bus bauen. Oh, mein Rico. Du willst doch auch Bus fahren. Mist. Nee, nee, alles gut. Den oberen Tank noch nicht verstorben. Das ist eine Art und eine Hülle. Auf der zweiten Plattform. Ein Rico. Oh, mein Rico. Das läuft ja zurück. So ein Taiki. Mist. Und jetzt bin ich gespannt, was er sich holt. So, da war ja was. Ah, ein Kampfjet. Alles klar. Na gut. Ich hab sogar den geschützten Kill davon gekriegt. Das war's. Aber Enrico, verstehst du was, Mene? Was machen wir noch? 40 Minuten. 40 bis 3. 10 Minuten. nein wie schon wieder das kann nicht sein schon wieder an dem scheiß teil hängen geblieben war ja das hüpft mich jedes mal noch links weg das kurz dich an ich bin bei dem strom ding ja die stromdinger sind fies herr das hat mich auch gekillt und die d d nein beide gleichzeitig ich habe ihn auch einmal jetzt getroffen war der rot geworden dreimal getroffen zweimal auf der unteren und einmal oben jedes mal an diesem scheiß ding bleibt auch körper gesetzt keine ahnung ich und markus springen wahrscheinlich einfach drüber werden einmal getroffen und fertig also ich bin drüber gesprochen haben nach links weggerollt den buckel normalerweise ist es sowas wenn man drüber rutscht aber aber ich bin ein karl wenn ja dein charakter aber nicht so nötig hast du noch ein charakter zu gehen ich bin sie ich beziehe meine aussage immer nur aufs charakter also ich finde sie schlimm persönlich aber ich stehe nicht auf männer so so damit wir das einfach mal klären deswegen willst du immer hinten rein ist ich bin einfach durchgelaufen ja ich auch ich sehe gerade den blauen punkte mir vorbei haben wir klar auf geraden flächen renne ich erinn ich halt immer so schlinge keine ahnung ich weiß warum ich glaube wenn das jetzt ja 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 der macht es wahrscheinlich ein bisschen ja gut so stimmt so nicht ja auch was ich wegen den dingen noch mehr wegen dem lkw vielleicht da habe ich mag es gekillt aber ich habe gar nichts mehr leben ich habe noch nicht ein treffer bekommen ich habe zwei oder drei bekommen ich bin so ein bisschen weiter gekommen als du auf diesem parcours ich glaube das letzte ding das wird schwierig wenn wir darüber ist diese ballon gesagt da war einfach ja das ist für dich aber hört mal auf damit es tut weh genauso wie es kommt immer drauf an ja sowas explodiert ja die dinger ja halt seit bei der fris das tut doch so wie ich habe immer schon ist runtergefallen er ist nicht gesprungen gerade die gruppe und habe ich die hoffnung auf mich ich habe schon 45 ist aber steht immer noch das sagt einfach nur dass du auf penetration stehst sagst du jetzt kommt der schwerere teil weil das steht halter jetzt mit der hydra gleich muss erst mal hinkommen das ist halt genau das problem da kommen wir zu weiter du blinze hör auf zu heulen halt die schnauze ich musste nachladen jetzt kommt der interessante part ich bin runtergefallen vergiss es ich bin aufgerutscht von dem ding hoher hoher gut ja da waren wir so weit das war eine geschenkte runde dann haben sie nichts mit man kann es leicht ja trotzdem hat es mich nicht gekillt ich habe mich am ende selber gekillt weil ich da abgerutscht habe nächste runde entscheidete hast du drei oder vier runden eingestellt drei ja gut das haben wir schon bei dies werden ja nicht ob wieder dem strom gegen das ist kann ich glaube aber an sich ist der modi eigentlich ganz lustig also ich kann ja auch von anderen also kann ich mal ruhig öfter was von spielen so was ja der gastank hat so drin ich bin wieder den gar den arsch gerettet jetzt getroffen wurde ich habe noch keine sind wir mal rot angezeigt aber ich habe noch volles leben also kein mit und auch kein und auch keine ich habe noch ihr seht aber auch die fahrzeuge über euch ne jetzt habe ich einen treffer das sind keine fahrzeuge die sind alle weg danke für den nacken klatscher da ist nur ein nacken ich gebe dir gleich mal einen wie war es mit einem kacken klatscher kacken klatscher was ist denn da das willst du glaube ich nicht rausfinden bisschen scheiße in die hand nehmen das wäre ein brauner klatscher vor allem merkt euch die runde Sven ist mal über die elektro dinger gekommen du weißt aber schon dass ich selber heilen kannst alles machen hier dran nehmen oder was in den torpanzerung kannst alles an kannst alles nehmen necks necks schummeln nein das ist wissen ihr blinsen das ist voll schön der hat schon gesessen der hat gefressen ja wenn er schon länger dahinten steht dann näht er sich jetzt mal wieder auf oder macht sie wieder voll ja da war ich auch Fan so neue panzerung ernsthaft ja ist er erlaubt neuer panzerung hat schon aber beide gleich an der gleichen ecke ich habe eigentlich gedacht der marcus ist durch der marcus und faberico geholt du rennst hinterher und kriegst von mir den nächsten das ist so assig gegen kevin zu verlieren aber ein headshot zu kriegen du sagst auch ja schön panzerung geht schön zunächst gehst du los aber punktuell aber ich muss sagen es war tatsächlich ein glückstreffer ich hätte es nicht mal so besetzen können wenn ich gewollt hätte ist das assig eh aber beide an der gleichen ecke direkt hinterher aber käfte muss doch von offnecks verwendet haben sei ehrlich nein habe ich nicht ich habe keine sex verwendet ich habe gewartet bis meine lebensleiste sich alleine wieder aufhebt weil wenn ihr unter der hälfte fällt dann hebt ihr sich ja bis zur hälfte wieder auf die sex habe ich gar nicht dran gedacht wir haben hier glaube ich fünf oder sechs treffer gedrückt und bist immer noch nicht tot gewesen ja ich habe immer wieder gewartet bis die lebensleiste sich aufgeladen hat kannst du mal wieder ein video gucken ich habe wirklich keine sex verwendet oh nein